Ich habe heute wieder Besuch hier auf dem Hof und das freut mich sehr. Und die beiden Herrschaften kommen vom Fernsehsender NTV. Stellen Sie sich das nochmal vor. Ja, hallo, mein Name ist Silke Böschen, ich bin die Journalistin und wir machen hier heute einen Beitrag über regionale Lebensmittel. Ich bin der Digger, ich bin der Kameramann. Ja, und jetzt fahren wir nochmal zu Mausi und Gerrit auf die Weide und dann mache ich noch ein paar Bilder, also später mehr. So, jetzt sind wir hier auf der Weide bei Gerrit und Mausi. Die sind ja auch sehr am Spachteln, die haben auch Kohlreste hier. Aber wir sehen, wir sind alle unversehrt, also Gerrit hat uns zufriedengelassen, nein, der ist auch ganz lieb, überhaupt kein Problem.